Gut, dann machen wir es einfach mal. Wie fange ich da am besten an? Ich glaube, das mache ich von Hand. Das Ding brauche ich erstmal nicht, weil wir mit dem Modul nicht so wirklich viel erarbeiten. Das hier kommt auch weg. Haben wir für die Ferric Solution, Ferric Chloride Solution, kann man das auch in Fässer packen? Wo sind die Fässer überhaupt alle? Habe ich die Fässer überhaupt schon erforscht? Wäre praktisch, bevor ich das Ganze jetzt umbaue, hm? Ich hoffe, die Forschung sieht wie ein Fass aus. Ich hoffe, die Forschung sieht wie ein Fass aus. Was bist du? Ach, Compression Chest. Nein. Fuh. Haben wir das hier schon irgendwo bei? Naja, Barrelling. Barrelling haben wir, aber nur für... Was ist ein Empty Canister? Okay, also die Grund-Vanillasachen können wir in Fässer packen. Liquid Fuel und Ferric Chloride müssen wir in Kanister packen. Können wir Kanister denn schon bauen? Hoffentlich. Aber sehr schön, dass die beiden Sachen auch drin sind. Gut, 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 gut. Also muss ich mir darum keine Sorgen machen. Das heißt, ich lasse jetzt mal wieder irgendwas erforschen, was nur die da und die da braucht. Go. Du warst nur dafür da, für die Batterien erst zu sorgen. Okay, Batterien weg. Weg, 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 weg. Wir werden wieder irgendwo angegriffen. Oh, der wird zerstört. Was? Ein Turm wurde zerstört. ETF. Wird der das Strom gekappt, oder? Geh, geh, hoch und bau, bau, bitte. Geh schon. Ah, ich hab kein Glas dabei. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bauer die Perfix. Oh, das ist ein Zappen-Duster. Da. Hier wird was zerstört. Ich sehe keine Überreste. Oder war das noch weiter oben irgendwo? Nee, hier hatten wir keinen Außenposten mehr. Ähm. Haben wir noch Licht dabei? Oh, ein bisschen stinknormales Licht. Richtig oldschool Licht. Ich weiß, wo meine verdammten Außenposten sind. Da und da. So, drei, ja. Ah, hier wurde eins zerstört. Okay, dann reißen wir die hier ab. Und setzt sie weiter nach da. Hätte ich gleich mitballern können. So, und Repair, alles was du finden kannst. Miu, miu. Und du hast keinen Strom? Okay. So. Gut. Ähm. Nimm, nimm, den da unten noch. Wobei das Ding hier noch nie angegriffen wurde, was ein bisschen komisch ist. Oh, wow, gut. So, ich hoffe, das hält jetzt mal ein bisschen. Artefakte sammle ich wieder ein. Weil ich mag Artefakte. So. Und jetzt zurück zu den Fässern. Das heißt, ich brauche ein paar mehr von den Fabriken. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir überhaupt gelbe oder Fabriken dafür brauchen. Ich denke, blau werden auch reichen. Also bauen wir mal ein paar blaue. Dann muss ich das Yuki-Rezept für die Batterien raussuchen. Dann brauche ich noch hier bei den Fabriken Kondensatoren. Und zwar auch schnell. Also mit schnell meine ich, dass die Kondensatoren schnell hergestellt werden müssen. Weil das ist eine Massenware später. Die hatten sich jetzt wo versteckt? Ah, schon wieder Angriff da. Grunem Rumpf. Nee. Mach Wasser. Erforsch Wasser. So. Äh. Da. Weak, weak, Kapasitor. Kupferdraht und Eisenplatten. Kupferdraht. Eisenplatten. Rein. Raus. Zwei Stacks sollten reichen. Äh. Yuki-Batterien. Hm. 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 Eine Empty Battery Cell. Sieht so komisch blau aus. Komisch blau, komisch blau, komisch blau. Komisch blau, komisch. Da. Brauch. Ah. Sehr schön. Ich habe einen Abnehmer gefunden für das ganze Crushed FC. Was wir aus den Charge Chunks herstellen. Äh. Okay. Okay. Dann brauchen wir einfach nur eine Fabrik. Den geht da reich blau. Ach. Dimm. Dimm. Äh. Hier. Ja. Die Forschung ist super. So. Da hat man echt keine Probleme. Du stellst bitte das da her. Dafür hättest du gerne Eisen, Kohle und das Crushed FC. Also Kohle. Eisen. Und das Crushed FC ist... Was war das gerade? Reputation. Ja. Wir wollen keinen Ruf importieren. Wir hätten hier gerne Crushed FC. Nicht 1000, sondern keine Ahnung. 200. Wobei ich noch nicht weiß, ob das im System angeschlossen ist. Oh, 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 oh. Und dich bitte so, dass du geschenkt bist. Und hier neben... Das ist problematisch. Ja. Das müssen wir noch machen. Das ist so viel zu tun gerade. Komm einfach dahin. Ähm, äh. Genau. Dich gar nicht erst exportieren. Tut mir leid. Du reichst das gleich weiter nach hier. Und du stellst hier Batterien her. So. Den machst du gar nicht. Das heißt, den Strom, den du brauchst, um zu laufen. Äh, da. Den Strom, den du brauchst, um zu laufen, steckst du einfach in die Batterienhülsen, die reingelegt werden. Und dann kommen daraus richtig Batterien. Und das kommt. Dahin. Du kommst hier hin. So, dann kannst du auch weg. Richtig. Richtig. Gut. Also Batterien hätten wir jetzt auch. Beschränken bitte mal auf drei Stacks. Und so sparen wir uns eigentlich komplett Schwefel, wenn ich das richtig sehe. Also wir brauchen jetzt null Schwefel. Oder? Wir brauchen keine Schwefelsäure. Das ist komisch. Bau bitte eine Fabrik. Hier. Hier. Kein Blut, nein. Wo sind die, wo sind die Fässer? Was? Hier sind die beiden Fässer. Ähm. Ganz ruhig. Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Ich sehe die nicht. Nein. Schon wieder Angriff. Also ich gucke gerade nach Fässern mit Gelb und Orange und was weiß ich. Ah, ist eine blaue Fabrik. Okay, vielleicht kannst du ja noch eine gelbe. Zack. Nö. Hm. Zwei Türme vernichtet? Ernsthaft? Wo? Da unten. Okay, also... Puh. Ja, ja, ja. Also unsere Tin-Außenposten müssen wir jetzt aufgeben. Den kann ich so nicht so einfach halten. Was für Leichen habe ich gerade dabei? Schmeiß mal kurz. Äh. Jetzt werden wir oben angegriffen. Tun wir kurz die Leichen, die dabei sind, hier rein. Dann mache ich mal gleich ein bisschen Detektivarbeit. Und guck mal, was für Viecher hier Ärger gemacht haben. Was sah gerade nach Big Bytern aus? So, was haben wir da? Small Spitter. Medium Spitter. Drei Big Byter. Mauer? Mauer könnte helfen. Hm. Aber ich denke, wir haben inzwischen schon so viel... Genau. So viel Tin gemacht. Dass wir den Außenposten einfach so abreißen können. Problem ist nur, dass ich hier nicht genug Platz habe. Ähm... Das heißt, wir bauen dich doch nochmal auf. Wir setzen dich auch da irgendwie neben. Und reparieren erstmal. Und kommen dann immer wieder her, um das Tin neu abzuholen. Und sobald das ganze Tin weg ist, dann lassen wir den Außenposten ja Außenposten sein und bauen ihn erst wieder auf, wenn wir wirklich Tinplatten brauchen. Aber ich denke, das wird es eine ganze Weile halten. So, das soll reichen. Geh zurück. Oh, ich habe so verdammt viel Gepäste da dabei. So viel komisches Zeug dabei. Äh, mal, 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 mal. Lila Kiste. Genau, tu einfach da hin. Alles da rein. So, 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 so. Ja, mach weg, mach weg, mach weg. So, so. Okay. Und immer schön zwischendurch was craften. Was craftet das immer schön ist? Ich hätte gerne... Blaue Ämchen kann ich mir liefern lassen. Ich hätte gerne Kisten. Kisten brauchen wir immer. So. So, dann hätte ich gerne die Kiste auch wieder mit, weil ich die Leichen brauche später irgendwann mal. Oh, das geht auf. Sehr schön. Also, mitkommen, 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 mitkommen. Leichen einsammeln und abhauen. Ab nach Hause, ab nach Hause. Gut. Fast, 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 very fast haben wir noch nicht. Aber ist ja auch egal. Ich muss jetzt gleich nachgucken, dass ich es mit dem Öl hinbekomme. Mich nicht hier an der Aufnahme, die mich hier anderen Sachen ablenken lassen. So. So, und dich stelle ich mal einfach irgendwo hier hin, damit du repariert wirst. So. Hö. Ich gucke mal ganz kurz hier unten bei dem Fass. Ja. Genau die beiden Sachen suche ich da. Das ist ja komisch. So, du. Vor allem müssen es ja sehr viele Symbole sein, die einigermaßen ähnlich aussehen. Nur die Farbe von der Flüssigkeit unterscheidet sich. Das heißt, es muss verdammt nochmal auffällig sein. Ist es aber nicht. Habe ich irgendwas in der Config kaputt gemacht, als ich dieses Plastikholz rausgenommen habe? Ah, das ist jetzt sehr frustrierend. Also, falls einer von euch mitbekommen hat, was jetzt hier falsch ist. Also, ob ich wirklich das die ganze Zeit übersehen habe. Diese Befüllfässer und... Es könnte nicht in dem Gebäude sein, sondern in einem anderen. Stimmt. Es könnte zum Beispiel in der Chemical Lab sein. Da, mach mal. Aber dann sollte das auch hier angezeigt werden. Das finde ich bestimmt doof. Also... Hier. Da müsste dabei stehen, normalerweise in welchem Gebäude das gemacht wird. Ich probiere es aber erst mal da, wenn ich das gut bin. Also, du wirst bitte auch mal so eine Kiste. Das hier ist okay. Da. Hier sind die. Was? In was? In den Pumpen? Ähm. Okay. Ich würde gerne anfordern. Komische... Wow. Komische geklaute Icons. Nicht die... Nicht die Pumpen. Ähnlich aussehende. Boah. Gott, ist das... Wo waren die anderen Pumpen? Waren die hier? Was zum Geier ist das? Ähm... Nein. Bin gerade wieder ein wenig überfordert. Es lief gerade alles so schön glatt. Boah. amentoig. Was ist die Changers. Von hier. Dit! Der? Der? assisted.